Musik Komm zu jedem, der Heidler Ritter, Er leuchtet den Kaiser, wie vom Kriegen, Stadt und Festung, Belge, Herr. Er ließ Schlagen einer Brücken, dass man kund in die Brücken mit der Miväu vor die Stadt. Als die Brücken waren geschlagen, dass man kund mit Stuck und Wagen, zwei passierenden Donaufluss. Als im Leben schlug man das Lager, alle Türken zu verjagen, die zum Sport und zum Bedroß. Am 21. August soeben kam ein Spion, bei Sturm und Regen schwörst den Prinz und zeigst ihm an, dass die Türken voragieren, so wie Leismann, kund verspüren, wie dreimal hunderttausend Mann. Als Prinz Eugenius dies vernommen, ließ er gleich zusammenkommen. Sein General und Feldmarschall, RTC recht instruieren, wie man sollt die Truppen führen und im Fein recht greifen an. Beide verrolltet er befehlen, dass man soll die Zweifel zählen, bei der Ohren mitternacht. Da soll sein Zugpferd aufsitzen, mit dem Fein der Suchamützen, das Suchkreis nur hätte Kraft. Alle Sassen, auch drei Zugpferde, jeder Griff nach seinem Schwerter, ganz schnell rückt man aus der Schanz. Die Musketier, die auf die Reite treten, alle Tappen streiten, zwar für wahr ein schöner Tanz. Ihr Kunstabler auf der Schanzen, spielet auf zu diesem Tanzen mit Katern im Groß und Kleid. Mit den Großen, mit den Kleiden, auf die Türken, auf die Heiden, dass sie laufen, all davon. Prinz Eugenius, auch der Rechten, Täter ist wie ein Löwe, Fechten, Eis, Gebrall und Feldmarschall. Prinz Ludwig red, auf und nieder, halt euch brav, ihr deutschen Brüder, greift den Feind, nur Herz auf der Hand. Prinz Ludwig red, auf und nieder, halt euch brav, ihr deutschen Brüder, greift den Feind, nur Herz auf der Hand. Prinz Ludwig, der muss aufgeben, seinen Geist und junges Leben, wann getroffen wunden bleibt. Prinz Eugenius war sehr betrübt, weil er ihn so sehr geliebt, ließ ihn bringen nach Peterbadein. Prinz Eugenius war sehr betrübt, weil er heimlich keine Idee habt. Amen.